J.U.S.S. thematisiert die zentrale Frage im Leben eines Schauspielers, nämlich zwischen den Verlockungen einer Karriere, verbunden mit einem enormen sozialen Privileg, einem riesen Einkommen, also all das, was so klischeehaftes Datum eigentlich ausmacht, versus einer Charakterfrage, einer Frage nach politischer Verantwortung, nach gesellschaftlicher Verantwortung und dementsprechendem Handeln. In dem konkreten Fall mit J.U.S.S.S. hat das mit einem Radio begonnen. Ich habe das Buch gelesen und dachte, ja, es geht darum, dass wir diese Welt, die Verlockungen, diese Anziehungskraft dieser Welt, diese sinnliche, erfahrbare Anziehungskraft dieser Welt darstellen. Wie kann man das machen? Ja, natürlich mit einer gewissen Eleganz, einer Schickheit, Must-have etc. Aber wie setzt man das dann im Detail um? Und mir ist dann ein Bild untergekommen, das habe ich auch dem Regisseur bei unserem allerersten Regiegespräch gezeigt, und zwar das ist der sogenannte Arbeitsfrontempfänger, also ein Radiogerät aus den 30er Jahren. Oskar war sehr erstaunt, als ich ihm das so an die Wand gehängt habe und sagte, Das ist mein Ausgangspunkt für das Kostümdesign für J.U.S.S.S.S.S.S.S.S. Das muss man sich so vorstellen, das ist ein silbergrauer Quader, der in vier Blöcke unterteilt ist, durch so kleine Trennfugen und jeder Block hat ein schwarzes Rädchen drauf und drüber ist das silberne Emblem der Reichsarbeitsfront. Ein Design, das auch für ein heutiges Auge eine ganz erstaunliche Coolness hat. dass man eine haptische Anziehung, wie dorthin greifen, wie das Ding angreifen. Und ich würde sagen, um dieses seltsame Wort nochmal zu bemühen, aber eigentlich aus heutiger Sicht ein Must-Have. Ich will das Ding gern haben und am Regal stehen haben, unabhängig von den politisch-moralischen Implikationen. Und das haben wir versucht, einem Kostüm fortzusetzen. Wie schaffen wir das, das möglichst verlockend darzustellen? Das ist natürlich politisch gesehen grauenhaft, aber Kostümdesign ist ja wahrscheinlich per se schon mal amoralisch und damit auch unpolitisch. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig für die Narration, für die Geschichte, die wir erzählen wollten, dass die Verlockung sinnlich erfahrbar wird. Und das heißt nochmal im Kostüm, dass es um eine Form von Eleganz geht, die, so würde es wahrscheinlich in der Mode-Magazinsprache von heute heißen, die Must-Haves darstellt, herstellt. Das sind wahrscheinlich mehrere Dinge, sind eigen oder besonders an dieser Arbeit. Und wahrscheinlich hat der Großteil davon mit Oskar Röder zu tun, weil wir kannten uns bis dahin, bis wir an dieser Produktion gemeinsam zu Hause begonnen haben, kannten wir uns nicht. Ich war sozusagen auf Vorschlag des österreichischen Produzenten Franz Nowotny zum Interview eingeladen. Und das Interview hat, glaube ich, 35 Sekunden gedauert. Und als ich dachte, wir fangen jetzt langsam an zu reden, hat er gesagt, der ist es, der wird das machen und das wird gut gehen. Ich war sehr überrascht. Das blieb natürlich nicht ganz so unkompliziert. Es gab den ein oder anderen inhaltlichen Clinch, den wir mit aller Härte und Konsequenz ausgetragen haben. Und das war aber interessant, weil diese zum Teil wirklich schwierigen Auseinandersetzungen, also wo es um inhaltliche oder inhaltlich motivierte, aber in ästhetischen Fragen ausgetragene Konfrontationen waren, das hat uns zu einem Punkt gebracht, der, und so muss es ja idealerweise sein, wo die Arbeit dadurch besser wird. Also nicht eine Konfrontation um der Position willen, sondern der Inhalte wegen. Das Spannende am Kostümdesign ist die Verknüpfung von Narration und visueller Gestaltung, also Bild und Erzählung. Das finde ich nach wie vor eine große Herausforderung. Deswegen liebe ich den Job. Und wahrscheinlich ist die Grundvoraussetzung für Kostümbild, dass man Menschen grundsätzlich mögen muss, weil es eine extrem intime Tätigkeit ist, Arbeit ist. Wahrscheinlich mit größerer Intimität als selbst beim Arzt, weil während der Arzt ja ständig so tut, wenn sie nackt vor ihm stehen, als würde er ihre Nacktheit nicht sehen, sondern quasi hindurchschauen, ist es ja bei uns in der Kostümdesignung genau umgekehrt, weil wir ja ständig nur mit der Oberfläche zu tun haben. Und diese Intimität hat nicht nur mit Eitelkeiten zu tun, sondern mit durchaus auch seelisch-emotionalen Befindlichkeiten. Und diese Intimität hat nicht nur mit der Kostümbild, sondern auch mit der Kostümbild der Kostümbild, sondern auch mit der Kostümbild der Kostümbild. Und diese Intimität hat nicht nur mit der Kostümbild, sondern auch mit der Kostümbild der Kostümbild. Kostümbild